Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Warum hast du das alles mit dir machen lassen? Warum bist du nicht gegangen? Warum hast du nie die Polizei angerufen? Warum hast du niemanden davon erzählt oder dich irgendjemandem anvertraut? Sätze, die Opfer von häuslicher Gewalt leider sehr oft zu hören bekommen. Der Fall, den wir heute hier besprechen, ist einer der wenigen, der mich nachts wachgehalten hat. Und das ist eigentlich nicht gut. Weil ich es eigentlich in der Regel immer schaffe, mich von dem, was ich für meine Recherche lese oder schaue oder höre, so weit zu distanzieren, in Anführungsstrichen, dass ich es schaffe, nachts gut zu schlafen. Es gibt aber eben auch Fälle, die einen so sprachlos machen und einen so aufwühlen und in diesem Fall mich persönlich so unglaublich wütend gemacht haben, dass ich es nicht geschafft habe, mich davon abzukoppeln, so wie es mir eigentlich sonst immer gelingt. Und trotzdem habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, diesen Fall hier besprechen zu wollen. Vor allem deswegen, weil Fälle wie der, den ich heute für euch habe, leider nach wie vor immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Was ich eigentlich unglaublich finde und was ich für vollkommen falsch halte. Alexander Gerald Skeel kommt am 17. August 1995 in Bedfordshire, genauer gesagt in Latten, einer Stadt im Osten Großbritanniens zur Welt. Doch nicht nur er, zwei Minuten nach ihm, wird sein Zwillingsbruder Luke geboren. Doch die beiden Jungs haben leider keinen leichten Start ins Leben. Alex wiegt bei seiner Geburt gerade 900 Gramm. Und sie sind auch beide viel zu früh zur Welt gekommen und müssen sich deswegen in den kommenden Wochen mehreren Operationen unterziehen. Doch nachdem das Schlimmste überstanden war, dürfte Alex und Lukes Mutter Geraldine Skill ihre beiden Söhne endlich mit in ihr gemeinsames Haus nach Stupety, einem kleinen Bezirk der Stadt Latten, nehmen. Und das Leben begann sich langsam zu normalisieren. Und Alex entwickelte sich nach seinem schweren Start sehr gut. Bereits als er ein Jahr alt ist, wird er und auch sein Bruder Luke sogar von der britischen Supermarktkette Aster als Model für verschiedene Werbeplakate gecastet. Hier zum Beispiel sind die beiden mit Fußballlegende Gary Lineker zu sehen. Ob das allerdings der Grund war, warum Alex, sobald er laufen konnte, nichts lieber getan hat als Fußball zu spielen, darf bezweifelt werden. Aber auf jeden Fall war es genau so. Denn Fußball spielte in Alex Leben sowohl in seiner Kindheit als auch dann später während seiner Schulzeit und auch noch weit danach eine sehr große Rolle. Später hat er mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich immer und überall bei jeder sich bietenden Gelegenheit Fußball gespielt hat, weil er es einfach sehr geliebt hat. Alex ist im Jahr 2012 ein eher zurückhaltender, ruhiger, schüchterner 16-Jähriger. Er hat eine sehr innige Beziehung mit seiner Familie, vor allen Dingen natürlich mit seinen Eltern Geraldine, seiner Mutter und seinem Vater Graham. Aber vor allen Dingen natürlich das Verhältnis zu seinem Zwillingsbruder Luke ist sehr eng. Was wichtig ist, ist auch noch, dass Alex eine ganz besondere Bindung zu seinem Großvater hatte. Ich sage das deswegen, weil es später noch eine Rolle spielen wird. Er sieht seinen Großvater regelmäßig, besucht ihn eigentlich einmal die Woche und wenn er es nicht schafft, dann ruft er ihn auf jeden Fall an. Im September 2012 erhält Alex eine Einladung von einem Freund zu einer Veranstaltung in dessen College. Und Alex nimmt diese Einladung an und es wird dieser eine Abend im September 2012 sein, der sein Leben für immer verändern wird. Denn an diesem Abend sieht Alex Skeel die 16 Jahre alte Jordan Wirth zum ersten Mal. Ich hatte es gerade vorhin schon angesprochen, Alex war eher der ruhige und zurückhaltende Typ. Vor allen Dingen auch was Mädchen angeht. Er war auch kein großer Partygänger oder stand gerne im Mittelpunkt und eine feste Freundin hatte er vorher wohl auch noch nie. Doch an diesem Abend im College seines Freundes dauert es nicht lange und Jordan spricht Alex an und die beiden kommen ins Gespräch. Er hatte sie vorher noch nie gesehen, denn auch sie ist auf Einladung einer Freundin auf dieser College-Veranstaltung. Und Alex hat später einmal über seine erste Begegnung mit Jordan berichtet, dass sie ihn direkt verzaubert hat. Und es ist auch kein Wunder, denn Jordan ist voller Energie und Lebensfreude. Und sie ist sehr attraktiv. Aber was Alex wohl besonders an ihr auffiel, war ihre ruhige, liebevolle und auch herzliche Art. Die beiden hatten direkt einen Draht zueinander. Sie hat ihn beeindruckt und sie verabreden sich an diesem Abend noch für ein weiteres Treffen. Und danach dauert es selbstverständlich nicht lange. Da werden Alex und Jordan ein Paar. Sie sind fest zusammen und es wirkt alles ganz wunderbar. Wie so eine süße, ja, Teenager-Romanze. Alles ist schön und die beiden verbringen, wie man sich vorstellen kann, jede freie Minute zusammen. Und Jordan hat große Pläne. Sie will Lehrerin werden und beginnt darum auch bald an der University of Hertfordshire bildende Kunst zu studieren. Und Alex' Familie ist begeistert von ihr. Sie sind glücklich. Glücklich, weil Alex glücklich ist und weil Jordan auch einen unheimlich sympathischen und lieben Eindruck auf alle macht. Mit ihrer zarten Gestalt, ihren rehbraunen Augen und ihrer sanften, ruhigen Stimme wirkt sie feenhaft. Und es hat den Anschein, als würde sie Alex geradezu anbeten. Und umgekehrt ist es genauso. In den ersten sechs Monaten, in denen die beiden zusammen sind, scheint sich alles ganz wunderbar und harmonisch zu entwickeln. Der Wahnsinn, der sich in dieser Beziehung bald entfalten wird, beginnt schleichend. Langsam und mit Kleinigkeiten. Jordan gefällt die Farbe Grau nicht. Eine Farbe, die Alex eigentlich ständig trägt. Grau oder Schwarz. Wie gesagt, Alex steht nicht gerne im Mittelpunkt. Er ist eher so der unscheinbare Typ und will eben nicht auffallen. Aber Jordan gefällt diese Farbe nicht. Sie findet, Alex sollte auffälliger sein. Er sollte sich mehr hervorheben. Mehr präsent sein. Und deswegen sagt sie ihm, dass sie der Meinung ist, er sollte Grau oder Schwarz nicht mehr tragen. Was Alex dann auch ab sofort nicht mehr tut. Außerdem kritisiert Jordan auch Alex Frisur. Sie zeigt ihm, wie er sein Haar tragen soll und er macht es dann auch genau so. Auch die Turnschuhe, die Alex regelmäßig trägt, gefallen Jordan nicht. Sie zeigt ihm Bilder von Schuhen, die ihr gefallen und Alex kauft sie sich und trägt sie dann. In der Rückschau auf diese Ereignisse ganz am Anfang, also dass Jordan Alex dazu angehalten hat, sich äußerlich zu verändern oder mehr aus sich zu machen, wie man das dann auch auslegen könnte, hat Alex erzählt, dass er das gar nicht als schlimm oder als negativ wahrgenommen hat. Er hat Jordan eben sehr geliebt. Sie beiden waren erst 17 Jahre alt und er wollte eben das Beste aus sich für sie herausholen. So hat er das wahrgenommen. Also wenn sie ihm gesagt hat, warum trägst du Grau? Die Farbe ist ja schrecklich. Zieh doch lieber ein blaues Shirt an. Das steht dir viel besser. Oder warum trägst du seine Haare so? Mach doch ein bisschen Gel rein. Sieht doch viel flippiger aus. Oder immer diese alten Turnschuhe. Kauf dir doch mal was Neues. Guck dir mal die Bilder an. Die Turnschuhe sind doch super. Die würden dir doch total gut stehen. Denn das ist etwas, was man im ersten Moment ja auch gar nicht als schlimm empfindet. Vor allen Dingen, wenn man, wie gesagt, 17 Jahre alt ist und seinen Partner irgendwie meint, beeindrucken zu können, indem man sich selbst verändert. Man könnte es auch so wahrnehmen, von Alex Seite aus gesehen, dass sie ja nur etwas Gutes für ihn möchte. Sie möchte, dass er mehr aus sich macht, mehr aus sich herausholt. Und deswegen sind diese kleinen, schleichenden Anfänge, von denen ich vorher schon berichtet habe, dass Jordan versucht hat, Alex umzugestalten, äußerlich noch nicht einmal etwas, was jetzt alle Alarmglocken schrillen lassen könnte. Zumindest für Alex war das vom Empfinden her nicht so. Doch dabei würde es nicht bleiben. Denn nach und nach beginnt Jordan, die eine äußerst gute Schülerin war und eine noch bessere Studentin ist, damit Alex immer wieder zu belehren und ihn auch vor allen Dingen vor anderen zu beleidigen. Sie hält sich für etwas Besseres und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie als Top-Studentin mit hervorragenden Noten eine glänzende Zukunft vor sich hat, während es ihr gleichzeitig, aus was für Gründen auch immer, ein Anliegen zu sein scheint, Alex zu demütigen, indem sie ihm zum Beispiel sagt, dass er dumm sei, dass er nichts können würde und dass er vor allen Dingen auch in beruflicher Hinsicht keine große Zukunft vor sich hat, weil er einfach nichts aus sich machen würde. Mit der Zeit beginnt Jordan dann Psychospielchen mit Alex zu spielen, die zum Teil wirklich bizarre Formen annehmen. Der Anfang gestaltet sich so, dass Alex und Jordan von Alex' Familie Karten für das König der Löwen-Musical in London geschenkt bekommen. Mit Übernachtung in einem Hotel in der Stadt. Eigentlich eine tolle Sache und die beiden fahren dann auch nach London, checken in ihr Hotel ein, gehen abends dann zum Musical und im Anschluss fahren sie dann zurück in ihr Hotel und legen sich sofort schlafen. Doch mitten in der Nacht steht Jordan auf und verlässt das Hotel. Ohne, dass Alex das mitbekommt, weil er ja schläft. Und als dieser dann am nächsten Morgen aufwacht und feststellt, dass seine Freundin verschwunden ist, da versteht er die Welt nicht mehr. Er ruft sie an, er schreibt ihr Nachrichten, er versucht sie über Stunden zu erreichen, doch Jordan meldet sich nicht, weswegen Alex dann sie überall sucht, im ganzen Hotel, in der Stadt. Er ruft Freunde, seine Familie, ihre Familie und Bekannte an und fragt, ob Jordan sich irgendwo gemeldet hat, doch das hat sie nicht. Alex wird immer nervöser, die Stunden vergehen, der Vormittag geht vorbei und Jordan ist immer noch nicht zurück. Einfach verschwunden und sie meldet sich bei niemanden. Und Alex bekommt dann so viel Angst, dass er irgendwann die Polizei informiert, die dann auch kurze Zeit später im Hotel ankommt. Doch nur wenige Minuten, nachdem die Polizei angekommen ist und mit der Suche nach Jordan beginnen will, kommt sie gemütlich in die Hotellobby spaziert, als wäre nichts gewesen. Und als Alex sie fragt, worum alles in der Welt sie gewesen ist in den letzten vielen Stunden, warum sie sich nicht gemeldet hat und mitten in der Nacht einfach verschwindet, da erklärt sich Jordan nicht, sondern sie lacht ihn einfach aus. Sie beginnt in dieser Hotellobby laut zu lachen, über mehrere Minuten. Ja, sie wirft sich weg vor Lachen, über die Sorge offensichtlich, die Alex sich gemacht hat und die Polizei fährt kopfschüttelnd wieder und Jordan erklärt sich nicht. Sie lacht einfach nur. Nach dem Vorfall im Hotel sind Alex und Jordan aber weiterhin zusammen und jetzt bereits schon ein ganzes Jahr lang. Und Jordans Familie, allen voran seine Mutter Geraldine, hatte wohl schon gemerkt, dass Jordan sich so ein bisschen verändert hat, obwohl die Familie von dem Vorfall in London nichts weiß, denn Alex hat es nicht erwähnt. Trotzdem kommen Geraldine so ein bisschen Zweifel an der Freundin ihres Sohnes. Aber nach wie vor präsentiert sich Jordan gegenüber Alex' Familie sehr charmant, sehr zuvorkommend. Und wenn sie bei Alex' Familie gemeinsam mit ihm ist, dann wirkt es auch immer so, als wäre Alex für sie der absolute Mittelpunkt des Universums. Also sie sitzt immer neben ihm, sie umarmt ihn ständig, sie hält seine Hand, sie ist sehr zuvorkommend gegenüber Alex. Und es wirkt einfach nach wie vor immer noch harmonisch, doch Mütter haben ja oftmals so ein bisschen ein Instinkt, was sowas angeht. Und Geraldine merkt schon, irgendwie ist das Ganze doch sehr seltsam. Wie gesagt, ohne von dem Vorfall in London überhaupt etwas zu wissen. Doch an Alex' 18. Geburtstag kommt es dann zu einem Vorfall, der für die gesamte Familie von Alex vollkommen klar macht, wer Jordan Wirth in Wahrheit wirklich ist. An Alex' 18. Geburtstag und natürlich auch am Geburtstag seines Zwillingsbruders Luke hat Geraldine eine große Geburtstagsfeier für ihre Söhne in ihrem Haus arrangiert. Alle treffen sich am Nachmittag im Haus der Skills und die Stimmung ist gut. Die Familie ist zusammengekommen und man sitzt beieinander und feiert Geburtstag. Zu diesem Anlass hat Geraldine auch ein junges Mädchen eingeladen, eine entfernte Verwandte, die zu diesem Zeitpunkt wohl in der Stadt gewesen ist und die Alex und sein Bruder Luke auch sehr lange Zeit nicht mehr gesehen haben. Und Alex beginnt sich dann im Laufe des Nachmittags mit ihr zu unterhalten. Die beiden sprechen ganz normal miteinander und als Jordan das sieht, flippt sie vollkommen aus. Von jetzt auf gleich beginnt sie, Alex anzuschreien und ihm eine Szene zu machen. Sie beleidigt ihn an seinem 18. Geburtstag im Haus seiner Eltern vor allen und bekommt einen ihrer Eifersuchtsanfälle, für die sie bereits im Freundeskreis von Alex bekannt ist. Denn dort ist sie auch in der Vergangenheit schon wegen ihrer völlig grundlosen Eifersuchtsanfälle aufgefallen. Doch an diesem Tag hat sie eben auch keine Hemmungen mehr, Alex wegen einer Unterhaltung, die er mit einer Verwandten von ihm führt, eine Szene zu machen. Nach diesem Auftritt hat Geraldine ein ernstes Gespräch mit ihrem Sohn. Sie sagt Alex, dass sie der Meinung ist, dass diese Beziehung sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt und dass sie glaubt, dass diese Beziehung für Alex auch nicht gut ist. Doch zu diesem Zeitpunkt verteidigt Alex Jordan vor seiner Mutter. Er sagt ihr, dass er sie liebt, dass er glücklich ist und dass Geraldine sich bitte nicht einmischen soll. Und ich meine, man kennt das auch. Umso mehr Eltern versuchen, berechtigt oder nicht, sich in die Beziehung ihrer Kinder einzumischen, gerade wenn wir so von sehr jungen Menschen, Teenagern sprechen, umso mehr schweißt das diese beiden auch irgendwo zusammen. Geraldine hat keine Chance, an ihren Sohn heranzukommen, obwohl sie versucht, ihn mit Argumenten zu überzeugen. Sie sagt ihm, dass es kein normales Verhalten ist, dass sie so eine Szene macht und sie warnt Alex auch davor, diese Beziehung weiterzuführen, weil sie eben glaubt, dass sie nicht gut für ihn ist. Doch Alex blockt das alles ab und er und Jordan sind weiterhin zusammen. Einige Monate nach Alex' 18. Geburtstag fliegen er und Jordan zum ersten Mal gemeinsam in den Urlaub. Es geht nach Ägypten und beide freuen sich sehr. Doch kaum sind sie dort angekommen, beginnt Jordan wieder damit, ihre Psychospielchen zu spielen, indem sie genau das Gleiche macht, was sie viele Monate zuvor schon gemacht hat, als die beiden gemeinsam in London waren. Mitten am Tag, als Alex sich gerade an der Bar etwas zu trinken holt, verschwindet sie. Und zwar wieder für mehrere Stunden. Sie ist den ganzen Tag verschwunden und taucht dann erst am frühen Abend wieder im Hotel auf. Und es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen dem Ereignis, das sich in London abgespielt hat, und dem, das sich jetzt in Kairo abspielt, als die beiden im Urlaub sind. Denn in London ist Alex zu Hause. Er hat Menschen um sich herum, die er um Hilfe bitten kann. Er hat Freunde, seine Familie, die er anrufen und um Hilfe bitten kann. Doch jetzt sind die beiden in einem fremden Land. Dort kennt Alex niemand. Er kann schlecht jemanden um Hilfe bitten und ist in dem Moment einfach, als Jordan wieder verschwunden ist, erst einmal auf sich alleine gestellt. Er kennt sich dort eben auch nicht aus. Die beiden sind erst wenige Tage dort. Und Alex ist zusätzlich verunsichert, weil er eben jetzt auch noch im Ausland ist. Er beginnt sie überall zu suchen, er geht hinaus auf die Straße, er schaut überall im Hotel. Wie gesagt, er ruft sie ständig an. Doch von Jordan kommt überhaupt nichts. Bis sie dann, wie gesagt, viele Stunden später wieder auftaucht und genauso reagiert, wie viele Monate zuvor in London. sie macht sich über Alex und seine Sorgen lustig, sie lacht ihn aus und es gibt keine Erklärung für ihr Verschwinden. Und falls ihr mich jetzt fragt oder beziehungsweise wahrscheinlich eher euch selbst, was es mit diesem ständigen Verschwinden von Jordan und der Tatsache, dass das für sie alles offenbar ein Spiel ist, das ihr wahnsinnig Freude zu machen scheint, auf sich hat, was das eigentlich soll, dann muss ich euch leider sagen, dass ich keine Ahnung habe, was sie genau damit bezweckt hat. Ich kann es auch nur vermuten, aber wie gesagt, ich weiß es leider nicht. Gemessen an dem, was bald passieren wird, ist das allerdings relativ harmlos. In den Wochen und Monaten, nachdem Jordan und Alex aus ihrem Ägyptenurlaub zurück sind, wird ihr Verhalten immer unberechenbarer und bizarrer. Ihre Eifersucht steigert sich ins Unermessliche und wird offenbar wahnhaft. Ständig bildet sie sich ein, Alex würde sie betrügen und mit anderen Mädchen sprechen, sich heimlich mit anderen treffen, ohne dass sie davon weiß, was im Prinzip unmöglich ist, da sie ja 24 Stunden um Alex herum ist und ihm überhaupt keine Luft mehr zum Atmen lässt. Trotzdem macht sie ihm täglich eine Szene und es kommt ständig zu Streitereien und Auseinandersetzungen, die sie beginnt, weil sie sich eben etwas einbildet, was nicht da ist. Das Ganze ist unerträglich und nach anderthalb Jahren Beziehung ist genug, genug. Das ist zumindest die Meinung von Alex Familie und seinem Freundeskreis. Und auch für Alex ist offensichtlich jetzt eine Grenze erreicht, nachdem Jordan seine SIM-Karte zerstört hat, weil er sich geweigert hat, seinen Facebook-Account zu löschen. Alex beendet die Beziehung, er möchte nicht mehr mit Jordan zusammen sein und man kann sich vorstellen, dass sie mit dieser Trennung überhaupt nicht einverstanden ist. Es dauert nur eine Woche, nachdem Alex mit ihr Schluss gemacht hat, da steht sie schon wieder vor seiner Tür, diesmal mit einem positiven Schwangerschaftstest im Gepäck. Und Geraldine, Skill, Alex Mutter, ist davon überzeugt, dass dieser Schwangerschaftstest gefälscht ist. Sie traut Jordan zu, dass sie diesen Schwangerschaftstest gefälscht hat, denn Geraldine hat ja das Verhalten von Jordan in den Wochen und Monaten zuvor mitbekommen und sie traut ihr zu, dass sie einfach lügt. Doch Geraldine muss schnell einsehen, dass Jordan die Wahrheit sagt, denn sie geht zum Arzt und dort wird die Schwangerschaft bestätigt. Jordan ist also schwanger von Alex. Man kann davon ausgehen, dass Jordan sich aufgrund ihrer Schwangerschaft jetzt erhofft hat, Alex wieder zurückzugewinnen, dass die beiden wieder ein Paar werden und alles wieder so ist wie vorher. Doch genau das ist es, was Alex jetzt nicht mehr möchte. Er hat seine Familie im Rücken, die ihn stärken und er sagt Jordan, dass er immer für sein Kind da sein wird und in allen Belangen, was das Kind angeht, Jordan mit seiner vollen Unterstützung rechnen kann. Doch das ist ja genau das, was Jordan eigentlich nicht interessiert. Sie interessiert nur, dass Alex wieder zu ihr zurückkommt. Doch das passiert jetzt nicht. Das heißt, sie hat nicht das erreicht, was sie eigentlich wollte, weswegen Jordan das tut, was sie auch schon so oft vorher getan hat. Sie verschwindet einfach. Wochen und Monate lang hört und sieht niemand aus Alex Familie und auch aus seinem Freundeskreis irgendetwas von ihr. Sie taucht unter und obwohl Alex versucht, sie zu erreichen, auch zur Uni fährt, um sie dort irgendwie abzupassen, versucht Kontakt mit ihren sehr wenigen Freunden, die sie hat, aufrecht zu erhalten, um dort irgendwie Informationen zu bekommen und auch eben sie immer wieder selbst kontaktiert, sowohl indem er versucht, ihr Nachrichten zu schreiben, sie anzurufen oder über ihre Social-Media-Kanäle mit ihr in Kontakt zu treten, so schottet sich Jordan vollkommen ab. Sie ist untergetaucht und verschwunden und man hört jetzt monatelang überhaupt nichts mehr von ihr. Im Mai 2014, Jordan ist gerade 18 Jahre alt geworden und hat sich, wie gesagt, über Monate hinweg jetzt nicht mehr bei Alex oder irgendjemand anders aus seiner Familie gemeldet, da kommt ihr Sohn TJ zur Welt und kurz nach seiner Geburt schreibt sie Geraldine, Alex Mutter, eine Nachricht. Sie schickt ihr ein Bild von TJ und schreibt unter dieses Bild, ob Geraldine gerne ihren Enkel kennenlernen würde. Ja, und Geraldine möchte natürlich ihren Enkelsohn kennenlernen und Alex natürlich umso mehr. Er will seinen Sohn unbedingt sehen. Darum wird ein Treffen vereinbart und Jordan kommt wenige Wochen später dann gemeinsam mit TJ zum Haus von Alex und ja, dort sieht er dann zum ersten Mal seinen Sohn. Jordan wirkt sehr verändert auf Alex und auch auf seine ganze Familie bei diesem ersten Treffen und auch bei den weiteren, die in den kommenden Wochen folgen werden. Die Geburt und eben auch TJ scheinen sie wirklich verändert zu haben. Sie wirkt ruhiger, reifer und nach diesem Besuch dauert es nicht lange, da verbessert sich das Verhältnis zwischen ihr und Alex zusehend, was natürlich nicht zuletzt auch an dem kleinen TJ liegt. Alex will seinen Sohn am liebsten immer um sich herum haben. Er wechselt ihm die Windeln, er gibt ihm die Flasche, er trägt ihn stundenlang auf dem Arm und es dauert nicht lange nach diesen Besuchen, da zieht Jordan mit ihrem Sohn bei den Skills ein und für die nächsten vielen Monate leben die beiden dann also im Haus von Alex Eltern zusammen. Doch nur wenige Wochen nachdem Jordan und TJ ins Haus der Skills eingezogen sind, beginnt sie damit auf Alex einzureden, dass sie nicht mehr in diesem Haus leben will. Dass sie mit ihm alleine ein eigenes Haus in einer anderen Stadt haben möchte, nur sie drei als Familie. Sie will mit ihm alleine leben. Und nachdem Alex auf diesen Vorschlag erst einmal recht zögerlich reagiert, beginnt sie damit ihm zu drohen. Sie sagt ihm, wenn er nicht mit ihr mitkommt, dann wird sie eben alleine gehen. TJ wird sie mitnehmen und Alex wird seinen Sohn dann nicht mehr wiedersehen. Und daraufhin gibt Alex nach. Er packt seine Koffer und zieht gemeinsam mit Jordan und seinem kleinen Sohn nach Stuart in eine Stadt etwas weiter entfernt von seinem Zuhause. Und die beiden mieten sich dort dieses Haus und leben ab sofort gemeinsam. Ein Freund von Alex hat später gesagt, dass das genau der Zeitpunkt war, an dem niemand mehr eine Chance hatte, wirklich an Alex heranzukommen. In den ersten Wochen nach seinem Umzug hatte er sich wohl hier und da bei seiner Familie noch zurückgemeldet. Auch seinen Freunden hatte er immer wieder mal noch geschrieben. Aber es war auffällig, dass er eben nicht mehr ans Telefon ging, wenn ihn jemand angerufen hat und sich dann nur per SMS zurückgemeldet hat. Seine Mutter und auch sein Bruder waren dann wohl noch einige Male am Haus. Also sie wussten, wo dieses Haus in Stuart ist und wollten natürlich vorbeikommen. Sie wollten Alex sehen, sie wollten auch TJ sehen, doch meist hat niemand die Tür geöffnet oder sie hatten den Eindruck, dass eben niemand die Türe öffnen möchte. Alex ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt, er ist volljährig, er hat jetzt ein Kind und ist eben mit Jordan wieder zusammen, sie leben jetzt ihr eigenes Leben und und auch auch wenn Geraldine natürlich trotzdem ein schlechtes Gefühl hatte, weil es eben jetzt auch nicht die Art ihres Sohnes war, sich überhaupt nicht mehr zu melden oder nur noch sporadisch zurückzuschreiben, so hatte sie eben nicht viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Alex ist volljährig. Wenn er ausziehen möchte und jetzt sich eben nicht mehr meldet, dann kann sie nicht sehr viel machen, außer immer wieder versuchen, den Kontakt herzustellen. Doch was Geraldine zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht klar gewesen ist, war, dass sie ihren Sohn jetzt erst einmal für eine sehr, sehr lange Zeit überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen wird. Denn kaum ist die zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alte Jordan im Juli 2016 gemeinsam mit Alex in ihr neues Haus in Stuart eingezogen, da beginnt sie schlimmer denn je mit ihrem Psychoterror und mit ihrer manipulativen Art Alex unter Druck zu setzen. Sie sagt ihm, dass sie, er und TJ jetzt eine Familie sein und dass seine eigene Familie Vergangenheit ist, dass diese Familie ihm nicht gut tun würde und dass er sich jetzt einfach auf sie und seinen Sohn zu konzentrieren hat, dass er sich entscheiden muss zwischen ihr und TJ und seiner Vergangenheit. Das Erste, was sie macht, ist, dass sie Alex sein Handy wegnimmt. Sie kauft ihm ein neues Handy, meldet ihn auf Facebook mit seinem alten Handy noch ab, bevor sie es wegschmeißt und den einzigen Kontakt, den sie in dieses neue Handy, das sie gekauft hat, einspeichert, ist ihr eigener. Alle anderen Kontakte, die Alex in seinem alten Handy gespeichert hatte, alle Nummern überträgt sie nicht. Das heißt, dass selbst wenn Alex dieses neue Handy in die Finger bekommen würde, was nicht der Fall ist, weil sie ja dieses Handy unter Kontrolle hat, hätte er keine Nummern mehr, die er irgendwie kontaktieren könnte. Sie kreiert einen neuen Facebook Account für Alex und schreibt seine ganzen alten Freunde an, dass sie aufhören sollen, ihm ständig zu schreiben oder ihm anzurufen und nicht mehr versuchen sollen, mit ihm in Kontakt zu treten. Er hätte jetzt viel genug zu tun mit seiner Familie, er möchte jetzt erst einmal Abstand und er würde wo er zweimal die Woche im Fußballtraining zusammen war, nimmt sie Kontakt auf, sie schreibt eben in Alex Namen diesen Leuten jetzt, dass Alex jetzt erst einmal nicht mehr ins Fußballtraining kommen wird, dass er keine Zeit hat und keine Lust und dass auch sie bitte aufhören sollen, ihn zu kontaktieren. Als Alex Großvater einen Monat nach seinem Auszug bei Jordan anruft, weil er eben keine Möglichkeit mehr hat, seinen mit ihm sprechen zu dürfen, sagt Jordan Alex Großvater, dass er aufhören soll zu nerven und dass Alex keinen Kontakt mehr mit ihm haben möchte. Alex auf der anderen Seite verlässt ab August 2016 kaum noch das Haus, nur noch, wenn Jordan mit dabei ist. Bereits kurz nach dem Umzug hatte sie ihn dazu gebracht, seinen Job, den er bis dahin hatte zu kündigen, weil dieser Zitat Jordan nur etwas für Dumme sei und er etwas viel Besseres haben könnte. Besser heißt also jetzt in diesem Zusammenhang, dass er das Haus nicht mehr verlässt und 24 Stunden Jordans Kontrolle ausgesetzt ist. Worüber sie dann auch Kontrolle bekommt, sind seine Finanzen. Das heißt, sie hat die vollständige Kontrolle über seinen Bank und auch über seine Sparkonten. Sie geht also so vor, wie die meisten Täter und Täterinnen, wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen. Zuerst übernimmt sie durch Manipulation die volle Kontrolle über ihr Opfer, dann folgt die vollständige Isolation und Abtrennung des gesamten Umfeldes, in diesem Fall von Alex, also jetzt von seiner Familie und seinen Freunden und dann kommt die vollständige Übernahme all dessen, was das Opfer am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt. Seine Mutter, sein Bruder, seine Freunde, alle versuchen trotzdem nach wie vor immer wieder den Kontakt mit Alex zu suchen, doch die Nachrichten, die von seinem Handy kommen, die natürlich von Jordan geschrieben sind, geben klar immer wieder zu verstehen, dass er seine Ruhe möchte, dass er Abstand braucht, dass er keinen Kontakt will. Sie nimmt ihm sogar seine Playstation weg, um zu verhindern, dass er möglicherweise beim Onlinespiel doch noch mit irgendjemandem in Kontakt treten könnte. Und auch wenn seine Mutter anruft bei Jordan und sagt, sie möchte mit Alex sprechen, sagt Jordan ihr, dass Alex mit ihr nicht reden will. Und als Geraldine dann wieder vor der Tür steht, Anfang September 2016 und sich nicht abwimmeln lassen möchte, kommt Alex selbst zur Tür und spricht mit seiner Mutter. Sie sieht ihn also noch einmal, bevor sie ihn dann eine lange Zeit nicht mehr sehen wird und er sagt seiner Mutter direkt ins Gesicht, dass sie ihn in Ruhe lassen soll und dass er sich keinen Kontakt mehr mit ihr wünscht. Auch wenn es für viele schwer zu glauben ist, man braucht keinen Käfig, den man abschließt, um einen Menschen wegzusperren. Wenn Jordan, die ja weiterhin studiert und die Uni besucht, in ihre Vorlesungen muss, also quasi eine Zeit, wo sie nicht direkt Kontrolle über Alex hat, nimmt sie ihn mit zur Uni. Allerdings muss Alex im Auto auf dem Parkplatz warten, wo sie ihn einschließt. Sie hat im Auto im Handschuhfach eine abgebrochene Haarbürste, die sie dazu benutzt, Alex zu schlagen, wenn er sagt, dass er nicht warten möchte, dass er nicht stundenlang im Auto frieren will, während sie in ihren Vorlesungen ist. Irgendwann hört er auf, sich zu beschweren, dass er warten muss und bleibt einfach stundenlang eingesperrt in ihrem Haus nebenan laut wird. Es hört sich an wie ein Poltern, laute Geräusche und dumpfe Schreie sind zu hören. Einmal gegen Ende des Jahres 2016 ist es so laut, dass einer der Nachbarn die Polizei ruft, die dann auch kurze Zeit später an der Tür klopft. Doch dabei kommt nichts heraus. Kein Wunder, eine wunderschöne junge Frau mit leiser melodischer Stimme inklusive einem Baby auf dem Arm vor. Dass Alex Gill die absolute Hölle erlebt, weiß zu diesem Zeitpunkt niemand. Neben dem täglichen Psychoterror beginnt Jordan jetzt auch immer mehr damit, Alex körperlich zu misshandeln. Zum Beispiel zwingt sie ihn immer wieder Schlaftabletten einzunehmen, weswegen er dann auch eine ganze Zeit lang weggetreten ist. Was in dieser Zeit mit ihm passiert ist, das weiß er nicht. Er kann sich auch später nicht mehr wirklich daran erinnern, weil er immer wieder Filmrisse hat. Sie lässt ihn dann auch irgendwann nicht mehr in ihrem gemeinsamen Bett schlafen. Sie nimmt TJ zu sich ins Schlafzimmer und Alex muss auf dem Flur im Boden schlafen. Sie erzählt Alex eines Tages, dass sie einen Anruf von seiner Mutter Geraldine bekommen hat, dass sein Großvater, den er über alles geliebt hat, wie ich euch vorher um sich dann zwei Stunden lang an Alex Trauer, seinem Schock und seinen Tränen zu ergötzen, um ihm dann anschließend zu sagen, dass es nur ein Scherz war. Sie hat nie einen Anruf bekommen und seinem Großvater geht's gut. Anfang 2017 schlägt Jordan Alex täglich. Sie beginnt damit, ihm mit einem Messer Schnittwunden zuzufügen an seinen Händen, seinen Armen, seinen Beinen. Sie übergießt ihn nachts, als er im Flur auf dem Boden schläft mit kochendem Wasser und lässt den Wasserkocher in der Küche immer vollgefüllt stehen, um Alex zu zeigen, dass sie jederzeit in der Lage dazu ist, ihn wieder mit diesem kochenden Wasser zu übergießen. Sie schlägt ihm zwei Zähne aus und wenn sie überhaupt einmal gestattet, dass Alex wegen seiner vor allem massiven Verbrennungen, die er davon getragen hat, zum Arzt zu gehen, dann geht sie mit und erzählt dem Arzt, dass Alex sich diese ganzen Verletzungen selbst zugefügt hat, er hätte damit schon einige Zeit massive Probleme mit Selbstverletzungen und als der Arzt dann darauf besteht, mit Alex alleine zu sprechen, bestätigt Alex die Geschichte. Er sagt, dass er in der Vergangenheit sich schon immer wieder selbst verletzt hat, dass er eben da Probleme hätte und dass er diese ganzen Verbrennungen und die Schnitte und so weiter sich selbst zugefügt hat. Die Bilder von Alex massiven Verletzungen am ganzen Körper, die er durch Jordans Misshandlungen erlitten hat, werde ich in diesem Video ganz bewusst nicht einblenden. Ich werde euch aber natürlich, wie ich es immer mache, unten in der Infobox die Quellen, die ich benutzt habe, um dieses Video zu recherchieren, verlinken. Dort könnt ihr euch natürlich noch mal genauer informieren und euch, wenn ihr das möchtet, die Bilder auch ansehen. Vergesst aber bitte nicht, wenn ihr sie einmal gesehen habt, dann habt ihr sie gesehen. Also wenn euch die Beschreibungen, die ich euch jetzt hier gebe, nicht ausreichen, dann steht es euch selbstverständlich frei, das noch mal anzusehen. Aber wie gesagt, ihr müsst natürlich selbst entscheiden, ob ihr dazu bereit seid, das tun zu wollen oder nicht. In dieser ganzen Zeit, in der Jordan Alex das angetan hat, was ich euch gerade erzählt habe und das aktuell natürlich auch ganz genauso 2017 kommt dann auch ihre Tochter Iris zur Welt. Auf dem Bild, das ich euch als nächstes einblende, seht ihr Alex, der seine kleine Tochter leider kaum halten kann. Der Grund ist ein gebrochener Arm, den er im Gips hat. Alex ist bei der Geburt von Iris bereits sehr dünn, wie man auch auf dem Bild, das ich euch einblende, deutlich sieht. Das liegt daran, weil Jordan ihm teilweise verbietet zu essen und natürlich auch an dem mentalen und körperlichen Stress, dem er täglich ausgesetzt ist. Nur wenige Tage nach Iris' Geburt bekommt Graham Skill, Alex' Vater, mitten in der Nacht einen Anruf. Ich konnte leider nicht herausfinden, wie es Alex gelungen ist, an die Nummer seines Vaters zu kommen. Vielleicht hat er es irgendwie nachts geschafft, an Jordans Handy zu kommen und die Nummer seines Vaters dort herauszufinden. Jedenfalls schafft er es, mitten in der Nacht einen Anruf an seinen Vater zu machen und dieser geht natürlich sofort ran. Alex spricht sehr leise und Graham hat später gesagt, dass man die Angst und die Panik in seiner Stimme ganz klar gehört hat und er bittet seinen Vater um Hilfe. Er sagt leise, dass er Hilfe braucht und Graham legt natürlich sofort auf, weckt seine Frau Geraldine auf, schildert gemeinsam nach Stuart zum Haus von Alex und sie klingeln an der Tür, sie klopfen, wie gesagt, es ist mitten in der Nacht, doch niemand macht auf. Sie versuchen dann auch Jordan anzurufen, doch sie geht nicht ans Telefon und im Haus ist alles dunkel, doch Graham beschließt jetzt die Polizei anzurufen, denn er hat wissen sich nicht mehr zu helfen, sie rufen jetzt also die Polizei, die dann auch wenige Minuten später ankommt. Graham und Geraldine berichten jetzt den beiden Beamten, die kommen, was sich hier eigentlich abspielt, dass sie ihren Sohn seit Monaten nicht gesehen haben und dass sie jetzt mitten in der Nacht einen Anruf bekommen haben, dass er Hilfe braucht. Die Polizisten allerdings bestehen darauf, dass Graham und Geraldine im Auto warten. Also sie möchten keine Konfliktsituation jetzt hier vor dem Haus haben, sie bestehen darauf, dass sich die beiden zurückziehen, was sie dann auch machen und die Polizisten wiederum klingeln und klopfen jetzt am Haus von Alex und Jordan und sie geben sich auch als Polizei zu erkennen, weswegen es auch nicht lange dauert, da macht Jordan die Tür auf. Sie hat ihr neugeborenes Kind Iris auf dem Arm und sie erklärt den beiden Beamten, dass es sich lediglich um einen Streit zwischen ihr und Alex gehandelt hat. Sie wären gerade erst zum zweiten Mal Eltern geworden, also sie präsentiert quasi den beiden Polizisten auch das Baby und sie sagt, dass das Kind eben nachts geschrien hat und dass es eben zu einem Streit kam und dass Alex Eltern eben Die Polizisten bestehen aber darauf mit Alex zu sprechen und dieser kommt dann auch kurz danach selbst an die Tür und bestätigt den Polizisten dass es sich tatsächlich nur um einen Streit gehandelt hat und dass es ihm gut gehen würde und dass hier nichts weiter unternommen werden muss Daraufhin schließt sich die Tür wieder die Polizisten erklären Graham und Geraldine dass es sich nur um einen Streit gehandelt hat und dass mit Alex alles in Ordnung sei dass sie ihn gesehen haben und dass sie nichts weiter machen können Graham und Geraldine können nichts tun sie fahren wieder nach Hause Nur zwei Tage nach diesem Vorfall kauft Jordan für Alex Konzertkarten seiner Lieblingsband die am kommenden Wochenende in Leeds einen Auftritt haben Sie organisiert zusätzlich zu den Karten ein tolles Wochenende für sie sie bringt die Kinder zu ihren Eltern und ja Alex und sie fahren nach Leeds und er darf dann dort seine Lieblingsband anschauen derjenige der Gewalt ausübt sorgt auch immer wieder für Erleichterung ganz genau so funktioniert Zwangskontrolle und so zynisch und unfassbar sich das anhört die gerade 19 Jahre alte Jordan Beherrscht sie perfekt ein weiterer Monat vergeht da rufen die Nachbarn von Jordan der Grund waren laute Schreie eines Mannes die sie aus dem Nachbarhaus haben kommen hören um 2 16 klopft Constable Ed Finn an Jordan und Alex Tür die ihm dann kurze Zeit später auch geöffnet wird und als der Constable jetzt das Haus betritt sieht er vor sich die schlimmsten Auswüchse von häuslicher Gewalt die er in seiner gesamten Laufbahn als Polizist jemals gesehen hat auf der Treppe die in den ersten Stock führt sieht der Polizist einen jungen Mann sitzen es ist Alex Giel der zu diesem Zeitpunkt nur noch Haut und Knochen ist er trägt ein kurzes T-Shirt und eine lange schwarze Hose und seine Hand ist in eine Socke eingewickelt auf der sich Blut befindet offensichtlich ist Alex schwer verletzt worden dadurch dass er auch nur ein T-Shirt trägt fallen dem Polizisten sofort die großen Brandwunden an Alex Armen auf und auch dass er dort Schnittverletzungen hat im Badezimmer ist das gesamte Waschbecken mit Blut besudelt offenbar hat Alex versucht die massive Blutung an seiner Hand selbst zu stillen was ihm aber nicht gelungen ist Jordan die in dieser Situation vollkommen ruhig und abgeklärt wirkt spielt jetzt Constable Edfin die Besorgte vor sie sagt dem Polizisten dass es leider in der Vergangenheit immer wieder dazu gekommen wäre dass Alex sich selbst verletzt hätte und in dieser Nacht wäre es jetzt zum äußersten gekommen sie hätte noch versucht ihm das Brotmesser wegzunehmen mit dem er sich seine Hand zerschnitten hat aber leider wäre es ihr nicht gelungen der Constable spricht dann auch noch Alex selbst an der auf ein Wort glaubt so weiß er natürlich was jetzt als nächstes zu tun ist er muss Alex sofort ins Krankenhaus bringen denn die Wunde ist offensichtlich sehr tief und muss auf jeden Fall genäht werden Jordan besteht darauf mitzufahren und ja der Polizist bringt jetzt also Alex ins Krankenhaus dort angekommen muss seine Wunde an der Hand mit mehreren Stichen genäht werden und während dieser ganzen Zeit ist Jordan an seiner Seite und natürlich auch die beiden Kinder doch der Constable sagt den Ärzten schon vorher dass er ein seltsames Gefühl hat dass er nicht glaubt dass Alex sich diese Wunde selbst zugefügt haben kann vor allen Dingen weil sie wie eine Abwehrverletzung aussieht also diese Wunde ist hier an der Seite der Hand das heißt es sieht so aus als hätte er die Hand gehoben um auch so deswegen schicken sie Jordan auch raus und sprechen mit Alex alleine und zwar eine ganze Zeit lang gibt es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Alex und seinem behandelnden Arzt im Krankenhaus doch auch wenn der Arzt ihm viele Fragen stellt und versucht Alex dazu zu bewegen ihm die Wahrheit zu sagen so streitet Alex ab dass Jordan diejenige war die ihn verletzt hat er sagt immer wieder dass es nicht so war dass er selbst war dass er in der Vergangenheit das eben schon öfter gemacht hat und deswegen wird Alex dann auch in den frühen Morgenstunden aus dem Krankenhaus entlassen ohne dass noch irgendetwas weiteres unternommen wird doch Constable Ed Finn geht Alex Gill nicht mehr aus dem Kopf er spürt er weiß er hat den Instinkt den ein guter Polizist eben nun einmal hat und haben sollte und er merkt dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist er ist davon überzeugt dass Alex das niemals selbst sich angetan haben kann nicht nur weil er es aus einem Instinkt heraus nicht glaubt sondern weil die Wunde eben auch zu dieser Erzählung nicht passt und das ist genau der Grund warum Constable Finn am nächsten Tag noch einmal obwohl es gar keinen Auftrag für ihn gegeben hat zum Haus von Alex fährt er möchte sich noch einmal davon überzeugen dass es ihm gut geht er klopft und klingelt an der Tür doch ihm wird nicht geöffnet und er hat ab diesem Moment eben auch keine Möglichkeit mehr denn wenn Alex von sich aus nicht sagt dass er es nicht selbst war und jetzt ihm niemand die Tür öffnet dann sind ihm die Hände gebunden doch es dauert nur fünf Tage nachdem Alex in der Notaufnahme gewesen ist da geht bei der Polizei von Stuart erneut ein Anruf ein es ist wieder eine Nachbarin die am späten Nachmittag mit ihrem Hund am Haus der beiden vorbeiging und laute Schreie eines Mannes aus dem Inneren gehört hat die ihr große Angst gemacht haben und es ist wieder Constable Finn der Polizist der fünf Tage zuvor Alex bereits in diesem Haus gesehen hat der sich jetzt wieder auf den Weg zu ihm macht und dieses Mal besteht er sofort nachdem Jordan ihm die Tür aufgemacht hat darauf dass sie in einen anderen Raum geht er möchte mit Alex alleine sprechen und das tut sie dann auch wenn auch widerwillig und Constable Finn und Alex sind jetzt gemeinsam im Wohnzimmer Alex sieht noch schlimmer aus als fünf Tage zuvor der Constable hat später gesagt dass er das Gefühl hatte dass er noch dünner war er hat inzwischen auch Schnittverletzungen in seinem Gesicht und dadurch dass er nur ein kurzes T-Shirt und diesmal auch eine kurze Hose trägt wird das ganze Ausmaß der Verletzungen die dieser junge Mann hat jetzt auch für den Polizisten noch deutlicher als fünf Tage zuvor er sagt Alex dass er nicht glaubt dass er sich das selbst angetan geben dass er ihm helfen kann und er sagt auch dass er hier nicht weg gehen wird bevor er nicht von Alex gehört hat was hier los ist was die Wahrheit ist doch Alex der weiß dass Jordan zwei Meter nebenan im anderen Raum ist kann nicht er kann dem Polizisten nicht die Wahrheit sagen weil er Angst hat und er bestreitet es er sagt wieder dass es einen Streit gab dass die Nachbarin sich getäuscht hat dass sie eben nur gehört hat dass sie gestritten haben und er sagt wieder dass all seine Verletzungen er sich selbst zugefügt hat doch Constable Finn lässt das dieses Mal einfach nicht gelten er nimmt Alex mit er sagt dass er ihn jetzt hier herausholen wird aus diesem Haus weg von Jordan und genau das passiert auch er helft Alex auf die mit dazu und fragt dann in einem abscheulich süßlichen Ton den man ja hören kann weil ja der Polizist eine Bodycam trägt wann bringen sie denn Alex wieder zurück nach Hause und in dem Moment als sie das gesagt hat ist mir schlecht geworden Constable Finn setzt Alex jetzt neben sich in sein Polizeiauto und fährt weg vom Haus einige Straßen weiter bleibt er stehen schaltet seine Bodycam aus und zieht Alex ins Gesicht und er sagt ihm dass er weiß dass er sich nicht selbst verletzt hat dass jetzt hier niemand mehr ist er ist in Sicherheit er ist weg vom Haus weg von Jordan in einem Polizeiauto und er sagt ihm noch einmal dass er ihm helfen wird dass er ihm helfen muss und dass Alex jetzt bitte die Wahrheit sagen soll und es dauert dann nur wenige Sekunden da ist Alex offensichtlich klar geworden dass er im Moment nicht in Gefahr ist und er bricht in diesem Polizeiauto zusammen fängt an zu weinen und sagt please help me und wenig später in endgültiger Sicherheit auf dem Polizeirevier öffnet sich Alex gegenüber Constable Finn dann vollständig und erzählt ihm was er in den letzten anderthalb Jahren durchgemacht hat später wurde dann auch durch ein ärztliches Gutachten bestätigt dass Alex vermutlich keine zehn Tage mehr gelebt hätte wäre er an diesem Tag von Constable Finn nicht aus diesem Haus geholt worden noch am selben Abend wird Jordan Wirth von der Polizei aus ihrem Haus abgeholt und aufs Revier zum Verhör gebracht ihre beiden Kinder werden ihren Eltern übergeben und in der nächsten Stunde spricht Jordan mit den Polizisten als könnte sie nicht auf drei zählen völlig unschuldig sitzt sie da mit ihrer sanften Stimme und alles was sie interessiert ist wo ist Alex wann kann ich mit ihm sprechen und wann können wir wieder zurück nach Hause irgendwann gesteht sie dann aber dass sie Alex angegriffen hat dass sie den Messer verletzt hat dass sie ihn verbrannt hat dass sie ihm Essen vorenthalten hat dass sie ihn geschlagen hat und dass sie ihn auch gezwungen hat seit über einem Jahr auf dem Boden im Flur zu schlafen die ganze Unterhaltung die von Jordan gegenüber den Polizisten kommt hört sich so an als würde sie über den Wetterbericht der kommenden Tage sprechen sie lebt offensichtlich in einer völlig anderen Realität denn den Polizisten kam es so vor als hätte sie es möglichst eilig alles zu gestehen damit sie dann anschließend Alex wieder mit nach Hause nehmen kann das ist so bizarr sich das anzuhören wie sie da sitzt und spricht und was sie da alles erzählt dass man es einfach nicht glauben kann während Jordan also ihr Geständnis ablegt in der Hoffnung bald wieder ihr Leben so wie bisher weiterführen zu können gemeinsam mit Alex wird dieser von einer Mitarbeiterin des Sozialdienstes und auch von Constable Finn in ein nahegelegenes Hotel gebracht wo er seine erste warme Mahlzeit seit einem Jahr bekommt und am nächsten Morgen wird Alex dann von der Polizei beziehungsweise von Constable Ed Finn dann nach Hause gebracht zu seinen Eltern wo er dann auch seinen Großvater zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren wieder sieht die ganze Familie steht unter Schock und wird in den nächsten vielen Wochen und Monaten auch noch intensiv betreut vor allem natürlich Alex muss immer wieder ins Krankenhaus er hat schwere Infektionen Untergewicht Knochenbrüche es wird Monate dauern bis seine äußerlichen Verletzungen halbwegs verheilt sind und schon eine weitere Woche später sieht Alex dann auch seine beiden Kinder TJ und auch seine kleine Tochter Iris wieder für die er das alleinige Sorgerecht erhält und die seitdem auch gemeinsam mit ihm bei seinen Eltern leben im September 2018 wird Jordan Worth dann vor Gericht gestellt und sieht sich mit insgesamt 17 Anklagepunkten konfrontiert unter anderem dem Anklagepunkt der schweren Körperverletzung am Ende bekennt sie sich in drei der 17 Anklagepunkte schuldig zeigt aber keinerlei Emotionen oder Reue oder dergleichen vor Gericht ganz im Gegenteil sie wird für ihre Taten zu insgesamt sieben Jahre vom Gericht verurteilt ist aber nach der Hälfte der Zeit wieder auf freien Fuß sie wurde im Januar 2022 aus der Haft entlassen und wenn ihr mich jetzt an dieser Stelle fragt ob ich Witze reiße wie das sein kann dass das ja unmöglich ist dann muss ich sagen ja das ist es aber ich muss euch auch leider sagen dass ich euch die Frage wie das möglich sein kann an dieser Stelle nicht beantworten kann denn ich weiß es nicht wie das möglich ist es ist aber so Jordan ist seit Anfang dieses Jahres wieder auf freien Fuß und sie hat wohl auch eine neue Beziehung und lebt mit ihrem neuen Freund auch zusammen also das ist das was ich zumindest in einigen Quellen lesen konnte Jordan Worth kam aus einer vollkommen normalen Familie in ihrer Kindheit gab es nie irgendwelche Probleme oder Auffälligkeiten ganz im Gegenteil sie war eine hervorragende Schülerin und noch eine bessere Studentin und hatte sowohl vor als auch während ihrer Beziehung mit Alex ein normales Verhältnis zu ihren Eltern die sie wohl regelmäßig besucht hat und die eben auch immer wieder auf die Kinder aufgepasst haben Jordan hatte weder TJ noch ihrer Tochter Iris jemals auch nur ein Haar gekrümmt und wenn man Alex später die Frage gestellt hat die leider immer wieder so vielen Opfern von häuslicher Gewalt gestellt wird warum warum hast du das alles mit dir machen lassen warum bist du nicht einfach gegangen dann hat Alex als eine der ersten Gründe immer wieder seine Kinder genannt er hat gesagt dass er es wegen seiner Kinder zum großen Teil nicht getan hat dass er gegangen ist weil er Angst hatte dass das was Jordan ihm antut sie einem der beiden Kinder antun könnte wenn er nicht mehr zur Verfügung steht wenn er nicht mehr da ist die Polizei in England und in Wales verzeichnete im Jahr 2017 insgesamt 150.000 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Männer also doppelt so viele wie im Jahr 2012 laut einer Wohltätigkeitsorganisation werden weniger als 1% der Zufluchtsbetten für häusliche Gewalt in England Männern zugewiesen und in einer der bekanntesten Städte der Welt wie London gibt es noch nicht einmal welche nach einer Studie des deutschen Robert-Koch-Institut kommt häusliche Gewalt gegen Männer in circa gleicher Größenordnung wie häusliche Gewalt gegen Frauen vor andere Studien weichen ab und kommen auf ein Ergebnis von um die 30% aufgrund von Scham vor Unmännlichkeit kommen die Täterinnen allerdings in den meisten Fällen mit ihren Taten davon nicht zuletzt weil häusliche Gewalt gegen Männer allgemein in weiten Teilen unserer Gesellschaft unfassbarer und traurigerweise nach wie vor taburisiert ist und es ist auf der einen Seite ein wenig traurig und auf der anderen Seite macht es doch auch irgendwo Hoffnung dass es erst einen weltweit in den Schlagzeilen überall präsenten Gerichtsprozess zwischen zwei Hollywoodstars gebraucht hat dass dieses Tabu langsam anfängt zu bröckeln ich möchte am Ende in diesem Video eigentlich gar nicht mehr viel sagen vor allen Dingen möchte ich weder über Jordan Wirth noch über ihre Taten sprechen stattdessen möchte ich aber über zwei andere Sachen am Ende sprechen die mir ganz besonders wichtig sind und zum einen ist das Constable Ed Finn der Polizist der Alex am Ende das Leben gerettet hat und der so habe ich bei meiner Recherche das Gefühl gehabt für viele der Held ist und der auch so bezeichnet wurde und was meiner Meinung nach ganz besonders für Ed Finn spricht ist nicht nur die Tatsache wie er gehandelt hat sondern vor allen Dingen dass er sich selbst nicht als Held sieht sondern er sieht sich als jemand der seine Arbeit gemacht hat und ich weiß dass es bei True Crime immer wieder dazu kommt dass Menschen die Polizei und deren Arbeit kritisieren nicht nur der Polizei auch von Gerichten der Spurensicherung der Forensik der Ermittler allgemein es wird so oft die Polizei kritisiert oftmals sehr oft leider auch zu Recht aber man sollte nie aus den Augen verlieren dass es Polizisten gibt Ermittler gibt die etwas von ihrer Arbeit verstehen und die ihre Arbeit sehr gut machen die einen natürlichen Instinkt haben den man haben sollte und muss wenn man diese Arbeit machen will und genau diesen Instinkt hatte Constable Finn und der hat dazu geführt dass Alex noch am Leben ist und deswegen ist für mich dieser Polizist zwar kein Held aber er ist jemand der jemand anders das Leben gerettet hat weil er seine Arbeit gemacht hat wie man sie eigentlich machen sollte und zum zweiten möchte ich noch einmal über Alex sprechen und darüber wie unheimlich glücklich es mich auch am Ende meiner Recherche gemacht hat nachdem ich das alles ein bisschen hab sacken lassen dass er noch am Leben ist und dass er mit sehr viel eigener Kraft die er wieder gewonnen hat aber vor allen Dingen durch die Unterstützung durch seine Familie und seine Freunde in der Lage ist sein Leben weiterzuführen und vor allen Dingen natürlich dass er das Sorgerecht für seine Kinder bekommen hat und diese Kinder ihm wahrscheinlich auch unheimlich viel Kraft in seiner Zukunft geben werden und ich wünsche Alex Gill für seine Zukunft nur das allerbeste und ich wünsche ihm von Herzen dass er es irgendwann einmal schafft die Narben die ihn sein Leben lang zeichnen werden nicht zu vergessen aber vielleicht es zu schaffen den Schrecken hinter diesen Narben in die Vergangenheit zu verbannen und dass er die Chance hat jemanden an seiner Seite zu haben der ihn schätzt und der ihn so liebt wie er es verdient hat ja meine Lieben damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und wie immer bin ich natürlich auch gespannt auf eure Einschätzung und Meinung über das was ich euch jetzt gerade hier alles erzählt habe in den Kommentaren wie ich euch am Anfang gesagt habe mir war es unheimlich wichtig diesen Fall zu recherchieren und ihn hier dann in Form eines Videos online zu bringen weil ich einfach finde dass darüber viel zu wenig gesprochen wird und um das am Ende ganz klar zu sagen es kann nicht viel genug über beide Seiten gesprochen werden aber ich finde es herrscht ein Ungleichgewicht und das ist es was ich nicht richtig finde es kann nie genug über häusliche Gewalt gegen Frauen gesprochen werden es kann aber auch nie genug über häusliche Gewalt gegen Männer gesprochen werden und deswegen wollte ich euch erzählen was Alex passiert ist ja meine Lieben damit verabschiede ich mich von euch für heute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder bis dahin macht's gut und dann